Wie angekündigt ziehen wir den Gewinner des Gewinnspiels von Schießkurs.com für einen Kutschein im Wert von 150 Euro an einem Schießkurs teilzunehmen. Das möchte ich nicht alleine machen, ich habe mir die Netto vom Red Dragon Tattoo Studio aus Kleve dazu geholt, die ich gerne bitten möchte, heute unseren Gewinner zu ziehen. Ich gebe dir einmal, das sind die Teilnehmer, die am Samstag bei uns waren, die bitte einmal ziehen und in unsere Losbox werfen. Auch die bitte. Die Spieler von heute, auch die bitte einmal in unsere Losbox werfen. Es ist die 250. 250? Bitte melde dich bei uns. Viel Spaß! 生foto-Kollektor-Kollektor-Kollektor Bis zum nächsten Mal.